5 Seconds remaining Ah ja. Soll ich uns carry'n? Oder wie da mit der war? Arsenal. Ja, Halli, Hallöchen. Ähm. Ich glaub' ich spiel' wieder die Offlane. Äh. Durable. Ach, ne, come here. Ach so, ähm. Ich spiel' auch tatsächlich dieses Mal nicht auf meinem Account, was ein bisschen ärgerlich ist. Weil ich das eigentlich nicht so gern machen würde. Aber naja. Ja. Ja, fein. 10 Seconds remaining. Da, ta, 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 ta. Oh shit, dies, was ich vergessen habe einzukaufen. Ich hoff' mal, wir machen eine relativ schnelle Runde draus. Damit ich schon mal schnell nach vorne fließen kann. Hm. Äh. Ärgerlich, dass ich nicht auf meinem Account spiele. Okay. Okay. Let's me run around. Hab' ich gehört. Hast du dir sagen lassen, ja. Mein Hero is stuck. Der bewegt dich nicht. Bei mir hat's ausgewiesen. Vielleicht mehr inklusive Maid. Ja. Ihr könnt alles weg. Ja. Your turn. Was die Mids? Ja. Your turn to pick! Ja. Nein. Okay. Niemand haben wir es ja die ganze Zeit abkauf haben, oder? Hm. Weg PA ist nicht verkehrt, aber kann auch ein Ultimate spielen. Ja gut, PA. Äh, bitte, PA, bitte, PA. Bitte keine PA gegen den Invoice 1. Was ist da? Mal PKP. Oh, jetzt hab ich ja gar keinen Guide, ey, leck. Oh, was? Your turn to kick. Hm. Irgendwie fühlt sich das so statisch an. Ist merkwürdig. Naja. Ah, ja. Oh Gott. Junge, 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 Junge. Oh, jetzt kann ich das mal hin und mal hin hier. Oh, nee ey. Hey. 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 Auf dem anderen Teamstick, ne. Aber ich höre euch. Versteht nicht. Okay. Ich hab ja auch gar keine... Ich könnt... Ich könnt... Ich hab ja meinen ganzen Scheiß nicht. Kann ja auch nichts predikten oder... Oh, für fuck's sake. Ne, der Invoker hat mich getroffen. Also ich weiß nicht, ich krieg mein Level nicht angezeigt. Ja, das wissen wir. Kommt gleich. Okay. Ja, jetzt schon. Ah, jetzt. Okay. Okay. Hey. Kommst du? Ich werde ruhig gehen. Mirada fehlen. Geh vor einfach. Geh vor einfach. Geh vor einfach. Nein, jetzt kommt noch rein. Geh vor einfach. Geh vor einfach. Geh vor einfach rein. Geh vor einfach. Silencer? Ich bin jetzt mit Silencer auch fliegen? Ja, natürlich. Ja. Oh, mir war eigentlich... Mirada fast... Ja. Wah. Was? Warum ist bei default... der na... der Heldenname? Der Weiß ist der mit 78. Der Weiß ist der mit 78. Das ist der 78 Volt weg der Mensch. Weil Shadow Shaman komplett overpowered ist. Shaman hat am Anfang extrem viel Schaden. Ja. Ah, guck, 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 guck. Oh. Komm mit, da noch. Und der Blut spilt. Hm. Junge, Junge. Warum ziehen die denn jetzt einfach auf mich aggro? Doch, doch, doch. Und was ist denn das jetzt hier? Frustrate yourself. Da hab ich ja gar kein Quick-Buy. Oder ich weiß nicht, wo mein scheiß Quick-Buy ist. Alter. Du hast schon Lasted-Denied. Alter, das ist mein erster Ziel heute. Du gehst mir auf den Sack, Junge. Ja. Du bist in meiner Presence. Aber die Polen war klar und die Lasted-Denied. Oh. 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 Ein bisschen Lassismus ist immer gut. Der hat doch noch ein Orb auf Venom, der Drecksack. Oh. 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 Der hat doch gebraucht, um den Shit zu überleben, ey. Leck. Der ist sein jetzt erfahrend besser. Der nur ein Wort auf Tiki. Was ist denn los, Alter? Ich kann kurz mal. Hol mal. Ich bin wieder nur auf dem Kauf. Der Lane. Ich bin nicht Fahrtag. Mann, 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 Mann. Jetzt gewöhnt du dich so an einer Taste, dass du da drücken kannst, um... Oh. Ich hab den Arrow gefressen. Äh. By my decree. Hm. Keep your thoughts to yourself. Ich bin viel zu langsam. Leck mich doch am Sack. Heißt, ob der getroffen hat. Verarschen wir. What the fuck? Sack. Sack los. Oh. Leck mich. ich habe mich selbst abgelenkt echt scheiße oh man dieser quick buy ich habe mich voll wo ich schock da fehlt ich kann auch gehen oh aber schau mal du hast mich voll ich werde nicht meinт Sentier du hast mich voll du hast du du hast du du hast du dein Sami du hast du du hast du du hast du du hast du 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 dein Was er wollte, war er ziemlich low. Jetzt hätte ich beinahe ne Broker gekillt, äh sorry, den Boyd. So, jetzt kann ich endlich last hitmen. Wir können nicht. Was schockt er, ist wieder da? Ja. Das ist noch gut, das ist gut. Wir sind in der Fall. Was ist der Rösten? Was ist der Rösten? Was ist der Rösten? Was ist der Rösten? Wir müssen die Rösten machen. Ah. Was ist der Rösten? Alles klar. So wie gesagt, Top läuft. Das ist ein Rösten. Ah, komm her. Vielleicht können wir den Wachstabler herren. Ey, ich bin in der Mitte. Die Mitte ist gerade wo du... Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte, wo du... Ich bin in der Mitte, wo du gerne mit übernehmen willst. Ich bin in der Mitte. 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 Ja, die fehlen hier oben gerade. Okay. Ich wünsche, dass sie mich jetzt hier noch alleine lassen sollen. Boah, der nimmt die Krono für mich. So ein Arsch. So ein Arsch. So ein Arsch. So ein Arsch. Shit, Mann. Ich jetzt an den Void rankommen würde. Der Void ist wirklich low. Was, der Void ist wirklich low. Ah, hier, da. Nein, das war so dumm. Ja. Das war so dumm. Das war so dumm. Das war so dumm. Ja. Das war so dumm. Ja. Ja. Oh mein Gott! Du hast keine Grip auf mich. Foncentrate yourself. Wise coat. Ich hab... Born Warrior. Oh schon. Dang it. Okay. Ich komm nicht an ihn ran. Aha. Oh, war... ... Wieso krieg ich denn nur zwei? Ah... ...zwei ist das Maximum, ha? ... ... Wieso krieg ich denn nur zwei? ... ... ... One mal kольшin! Mike, ... ... Das kurz? Ich sassiere euch nicht... ... Ja. Hm. Ja, ich ruhe auch noch, Alter. Ja, sehr schön. Ah, shit. Radiant Stompers are four to five. Willkommen stand? Ja. Ah, Mann. Ich könnte... Ich könnte dieser Quick-Buy. Ich reg mich so auf, ey. Schöses Quick-Buy. Ich weiß, die Rude wurde nicht genannt. Die waren ja beschäftigt mit mir. Ja. 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 Oh, den habt ihr ja. 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 Shit, Mann. Jo, da bin ich raus Der dämliche Phoenix Gut, dass ich mich hier versteckt hab Ausgerechnet, jetzt muss er mich natürlich haben Blinkstern, ne? Um... Um... Ah, komm schon mal. Ah, leck mich doch am Ärmel. Ich hab mir den Kuh geklaut gerade. Es fehlen einige. Ja. 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 oh keine ahnung ich seh ihn auch nicht so hab ich gesehen ein walker ist hier what the fuck diese shit leertaste wo ist diese oh man ich muss unbedingt die leertaste deaktivieren mit dem blöden ereignis da könnte ich kotzen bin ich immer ganz woanders auf der map ja zum letzten ereignis springen das ist so grauenhaft wir haben keine glitz ah man settings wo ist space so so jetzt sind die natürlich ich sorry noch zwei skelette naja so who cares so so ich habe gerade neben Lieblings Typen Typen... Bekannten von... äh... Heldien? What? Nehme ich Micah? Habe ich gerade... Opsa! Hä? Micah? Ja, den machst du ja nicht. Achso, den Micah! Der wurde jetzt erstmal schön... Der hat Eis, das hat schon gemacht. Missgurt hat er auch verblüht. Oh, was ist das für ein Indie, wo der First-Iteam-Faktor-Link-Negel jetzt so... Ich probiere es gleich so. Scheiße. Der Volt ist hier unten am Farmen. Hm, das hat im Stock geroutet. Bounty, komm schon. Habt's leer gemacht, das Camp? Habt's leer gemacht, das Camp? Ja, hab ich. Kann ich den... Sideshop, kann ich den auch holen? Ha! Stimmt ja. Hol' ich mir den mal im Sideshop, ne? Ups. Oh, schön! Hehehe. 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 Können Sie einfach so was zu sehen? Hehehe. Oh. Das ist ja ein 3 auf Top, wobei Phoenix gerade runterkommt. Wo wollen wir auf die Mirana raufgehen? Ich hab' den Gast. Blink? Ich hab' keinen Stun, ich hab's gerade leider gelöst. So. Der Void holt meine Skelette, kriegt aber ganz schön Damage von denen. Okay. Let's go meet. Ich will einfach ne fucking Spirit-Vessel haben. So lang's funktioniert. Ich bin mit meinen Skeletten unten dran. So lang's gibt's. Okay, das war, ähm, soweit. Bot haben wir bekommen. Hatte 4 Lilith. Okay, gut. Lass' mal gleich mit der PA-Smoke und dann rausstehen. Das ist doch gleich mit der PA-Smoke und dann rausstehen. Ich hab' den. Der hat doch gleich wieder geholfen. Ja. 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 Kannst du den. Ähm, den Winkel wieder wühlen? 2 Illicitzy des Lies täglich. 2 Illicitzy des Lies. 2 Illicitzy des Lies. 2 Illicitzy des Lies. Okay. Ich bin Committee- 2 Illicitzy des Lies. Ich bin mit dem Team. Oh! 3 Illicitzy des Lies. 3 Illicitzy des Lies. 3 Illicitzy des Lies. Ich weiß nicht, ich hätte einen Blinkstunnen. Geh, mach. Jo. Oh, mein Skeletter. Double Damage. Kein Double Damage. Ja. Meine Skelette haben gerade den Brunnen erledigt. Ganz nebenbei. Ist das Damage Upgrade auf den bringt es echt. Hier ist noch ein Phönix. Dein König ist hier. Wir haben den Brunnen. So. Wir werden gerade gar nicht mehr. Wir werden gerade wieder da. Dizel. Ja, das ist ein Ratsch. Ich werde dir jetzt noch nicht mehr. So. Es gibt einen Ratsch. Dann greifst ich. Wir werden raus. Und du bist da Markking. Ja. Wer soll den nehmen? Ja. Okay. Ja, ja. Bevor ich sowieso fighte... äh, will ich mal die Kapi jetzt haben. Ich hab, äh, den, äh, Lifepack. Oh. Was meinst du? Das ist ein, äh, Battle Fury. Der, äh, Push ist enorm. Außerdem krieg ich dadurch meine, äh, Skeletons. Mh, nein, weil du brauchst dafür einen Kripp. Nope. Update, jeder zweite Last-Hit gibt mir ein Skelett. Wunderbar ist. Äh, das ist jetzt auch schon zwei Patches her. Oder drei. Ich kann mir auf die Ranking ist mir zu... Ja. Zu sehr, ich hab nur einen. Ja. Ah. Ah, Shit, das wär beinah Bot gewesen. Ach, verdammt. Ja. Ja, die haben da Wurz. Ja. Können wir... Ah. Na, komm schon. Ah, Shit, jetzt wollte ich ihn eigentlich zahlen. Ah. 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 Verdammt. Wir ran hoch. Wir ran hoch. Wir ran hoch. Nein, wir ran hoch. Wir ran hoch. Ah. Ah. Irgendwie machst du eine Menge Damage. Ach, da ist der Mucker. Das ist der Mucker. Ja, ja. Der bottom towel ist unter dem Weg. Was ist denn hier? Ja, sorry, aber irgendwas muss wir ihn machen. Wir können jetzt nicht hier einfach... Ja, ich hab hier genommen. 2, 4, 12 193 Ups Deckschut war nicht schlecht Oh, betont? Hm Kann nicht sein, Alter Kann nicht sein, ja Scheiß Bashkack Bisschen Poker, Mann Na jetzt, warte, bitte Komm schon, Mann LOL RIP War nicht zu geil, einfach die Rack wegballern sollen Komm schon RIP-Kick, oder? Ah, die Rampage war zu früh Das ist so tief Ah, die Rippen ist auch drin Komm schon, Level 20 Komm schon, Level 20 Puppetal Skeleton Counter Puppetal Skeleton Counter Pfff Ne Ups Ups Was that some sort of misguided tribute? Das war mal eine Mirana? Ähm Hm Hm Muss ich denn gucken hier PKB Warum nicht? Na komm schon Mal die blöden Notifications nicht abstellen Das Traurige ist ich gerne die Hilfe von den Leuten sogar schon Begele Keep your thoughts to yourself Keep your thoughts to yourself Keine Aaaaah Aaaaah Frustrate yourself Das war schon leckmisch. Stimmt, ich kann ja meine Skelette losschicken. Ich weiß zwar nicht wofür, aber... Oh, scheiße! Shit. und Nicht überhaupt. Oh. Oh shit man. Da. Wo bin ich denn hier? Alter. Wo bin ich denn hier? Leck. Komm lass mir mal einen scheiß... Oh no. Wenn der dich jetzt... Rande. Ne, aber nicht. Oh. Danke. Na komm. Na komm. So. Das sieht doch ganz solide aus. Krass. Der Fountain deaktiviert nicht den Blink. Das ist sehr praktisch. So. Meine Skelette machen jetzt den Rest. Hm. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommt der auch noch da mit an, ey. Lenk mich. Ich. Make back two. I never saw your death the moment you were born. Pick him. Mh, Mann. Mh. Buyback und Boots of Travel leckt mich, das kann ich mir nicht leisten. Ich kann jetzt meine Boots noch... What? Seit wann? Achso, ja. Oh, mein Junge. Nur schade, dass ich das nicht auf meinem richtigen Account hab, ne? Also, ich bin auf meinem Main-Account. Ja, ich muss mal meinen Main-Level. Jetzt ist mein scheiß Schlussbild ge-Frozen. Ich hab jetzt endlich 4k. Juhu. Alter, 48 und mehr hat das jetzt gegeben. Mein dämliches Schlussbild ist frozen, das nervt. Ich komm gleich wieder. Nice. Ja, nice. Ich hatte die meisten Farme. Ich hatte... Ich hatte... Ich hab drei Kills und fünf Tote. Wo wurde ich denn gefeedet? Junge, Junge. 300 war's jetzt. War noch 700 Building Damage. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ah. Ah, dat 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 dat. Lieber PA jeden Fall kein Timeback. Naja, gut. Ah, shit. Auf! Und in die nächste Runde. Ciao